Musik Jetzt sind alle Athleten auf der Bühne und wir beginnen mit der Vorstellung der Startnummer 176 Philipp Brandes von Team Spirit Bodybuilding Hilden 177 Steffen Endres Evolution Fitness Rottenburg 178 Leon Teske von Glocks Fitness 179 Dennis Zittlau von Team Spirit Hilden 180 Daniel Pongratz von Eddies Fitness 181 Aymar Bye Bye vom City Gym Lübeck 182 Mike Schoristull von der Sportnarum Engel 183 Joshua Malek Glocks Fitness 184 Daniel Krenda Olymp Fitness Düsseldorf 185 Lukas Mittermeier Fit Giant Los Karolinsfeld 187 Christian Klunk Powerhouse Ludwigsburg 188 Alexander Savonov von Glocks Fitness 189 Patrick Abel von Cross Sport Hattingen und die Startnummer 193 14 Athleten wir präsentieren euch die Athleten Natürlich mit einem Seitenwechsel 151 164 164 174 302 185 175 Im ersten numerischen Vergleich bitten wir fünf Athleten nach vorne und der Hauptcuprichter wird die Drehungen durchführen. Vierter Drehung nach rechts. Rückenansicht. Seitenansicht. Beste Seite. Wieder nach vorne. Frontansicht. Vielen Dank. Schuhlte hoch. Schuhlte hoch. Auf der Arm. Die Frontansicht bitte, 182 Front. Vorne schauen bitte. Vierter Drehung nach rechts. Rückenansicht, Rückenansicht, Vierteldriebe nach rechts und wieder nach vorne, Frontansicht Rückenansicht Rückenansicht, Rückenansicht, Vierteldriebe nach links und wieder nach vorne, Frontansicht Lass uns aus, Alex! Auf die Bord! Schwer, halt die Hand durch! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut! Noch mal ein Kopp, der Bord! Loppen! Es wird gerechnet, ausgewertet für den ersten Kampfrichtervergleich. Welcher Kampfrichter wird welchen Athleten im ersten Vergleich sehen? Und selbstverständlich, bei so einer Leistungsdichte, wenn die Athleten sich auf einem Niveau bewegen, ist es nicht einfach, für die Kampfrichter da die Auswahl zu treffen. Keiner will einen Fehler machen und einen Athleten übersehen. Zum ersten Vergleich nach vorne, die Startnummer 176, 177, 78, 80, und Startnummer 183. P-Leute. 2 00,00, und Startnummer 182. 3 00,00, in der Fall! Viertel-Drehung, Seitenansicht. Rückenansicht. Und wieder nach vorne. Schuttern runter. Roter sparen. Fertig! Rückenansicht. Rückenansicht. 8,789 Vierer Drehung nach rechts Rücken nach rechts Rücken nach rechts Seitenaussicht Und nach vorne Frontansicht Vielen Dank Ich fühlte den Jungen aufrecht. Auf Rückenansicht, Seitenansicht und wieder nach vorne zur Frontansicht. Ich darf nun alle Teilnehmer der Kategorie nach vorne bitten zum kurzen Line-Up. Männer Physikathleten, 14 Teilnehmer hier in der internationalen deutschen Meisterschaft. Körpergröße mindestens 1,80 Meter. Die Top 6 werden wir im Finale wieder sehen. Die Top 6 werden wir im Finale wieder sehen. Die Top 6 werden wir im Finale wieder sehen. Die Top 6 werden wir im Finale wieder sehen.